Die Beziehung zwischen Timur Lenk und dem osmanischen Sultan Bayezid war geprägt von großer Feindschaft. Die beiden hatten seit Jahren beleidigende Briefe ausgetauscht. Endlich hatte Timur Lenk die Gelegenheit, seinen Rivalen zu vernichten, dessen Truppen von Kriegen in Byzanz und Ungarn erschöpft waren. Dennoch war das Osmanische Reich kein leichter Gegner. Eine unerschrockene Führung und die Stärke der Janitscharen trieben die Armee an. Die osmanische Streitmacht, die gegen Timur Lenk marschierte, war groß, aber gespalten. Türken, Serben, Tartaren und andere Vasallen trugen Truppen zu dieser mächtigen, wenn auch unbeständigen Armee bei. Könnte Timur Lenk einige davon zum Überlaufen bringen, würde sich das Blatt zu seinen Gunsten wenden. Es sollte seine bisher größte Prüfung werden. Das Schicksal zweier Reiche stand auf dem Spiel. Ein Stein? 200? Ein Kreis? Ein Remis? Bayezid hat auf der anderen Flussseite, im Süden, sein Lager aufgeschlagen. Wir haben noch nicht genug Männer, um ihn anzugreifen. Also sollten wir uns darauf konzentrieren, seine abgelegenen Vorratsspeicher und Lager zu überfallen. Unsere Speer melden, dass die Loyalität der Hilfstruppen, die Bayezid begleiten, Frankreich ist. Wir sollten ihre Lager aufsuchen, nicht sie ihm nach Möglichkeit abspenstig machen. Lass mich mal ganz kurz konzentrieren. Ich muss mich eben hier wirklich... Ihr läuft jetzt nicht an die gleiche Linie, oder? Mädels. Okay, lass mal ganz kurz gucken. Nebenziele. Überfallen Sie die abgelegenen Osmanischen Lager, um bei ihr Sitzarmee zu schwächen. Schicken Sie einen Abgesandten zu Emir Taherten von den Turkmenen in seine Festung im Osten. Das ist der Gelbe. Alles klar. Machen wir. Treffen Sie sich mit den Kommandanten der anatolischen Sipahi, unmittelbar auf der anderen Seite des Flusses im Westen Ihres Lagers. Ja. Fahren Sie mit den Wallachischen Hilfstruppen südlich von Bayezids Lager. Okay. Besuchen Sie den Kommandeur der Balkanischen Hilfstruppen südlich von Bayezids Lager. Ich bin beeindruckt von euren Eroberungen, Timo Lenk. Doch ich verlange einen weiteren Beweis eurer Stärke. Vernichtet die osmanischen Vorratslager südwestlich von ihr und wir schließen uns euch mit Freuden an. Mit Vergnügen. Sieht nicht so schwierig aus. Wachtturm kriegen wir hin. So. Du machst es da. Du machst uns ganz kurz den Marktplatz hier hinten hin. Natürlich richtig smart, da drin zu erkunden, Kumpel. Da müsst ihr halt alle zusammen wissen, ist halt euer Problem. Jetzt wollt ihr auch echt eine Linie bilden, ne? Also Scouts sind echt weird, ne? Dieses Autoscouten. Naja. Ich würde beim Kampf gegen die Osmanen helfen, doch meine Männer sind unerfahren. Wenn ihr fünf Elite-Keshik in meine Zitadelle schickt, die meine Männer ausbilden, werde ich mich euch anschließen. Und die Kara-Tataren davon überzeugen, es mir gleich zu kommen. Gerne. Kriegen wir hin, glaube ich. Einmal noch. Eine Burg ist mir Pflicht hier. Ernsthaft, Jungs, mach bitte erst mal den Turm. Oh, Leute, das ist eine Kanone. Ja, schade für die Kanone. Was wird die selbst nicht überleben? Der ist tot. Sehr ärgerlich für ihn. So. Der Turm fällt. Das gleich auch. Hat der Mordlöcher? Ja, hat er. Dann weg da bitte, Jungs. Sehr schön. Wollte das machen. Äh, ich mach am besten... Ja, du kommst runter ganz ins Jahr. Machst uns nochmal eine Spiegel. Dann nochmal ein paar Kasernen. So, Helebadira, dass wir so ein paar Trash-Units machen können. Du kommst hin, machst uns jetzt noch ein paar davon. Holz ist komplett leer. Nice, wie ich erwartet. Gar kein Problem. So, das, das, das. Erst das Wichtigste forschen. Das am besten auch. Ihr könnt jetzt weiter da hinten hingehen. Du kannst bitte ganz kurz da hingehen und dann da hingehen, um die Ziele zu erfahren. 24 Minuten haben wir noch. Gar kein Problem. Bitte erstmal den Turm. Wobei, das ist schon gerade wichtig. Damit die haben wir ein bisschen mehr Platz zu haben. Einer wird sterben. Das ist nicht so schlimm. Elite Cash-X ist auch gerade mein absolutes Maximum-Ziel gerade. So, ihr werdet jetzt auch durch. Felder machen, wir brauchen mehr Nahrung. Safe, wichtig. Ich könnte noch jagen, aber machen Fische sind. Nee, ne? Nee. Hier links vielleicht, aber das ist mir auch ein bisschen zu weit weg gerade. Die habe ich vergessen. Egal. Du kommst bitte ganz kurz runter. Machst den Hafen hin. Flötet das bitte, Jungs. Sehr schön. Achso, die Hilfen zählen auch dazu. Natürlich, macht Sinn. Sorry. Lol. Oh. Hätte ich mir denken können. Aber, das ist gar kein Problem. Wobei, kann ich jetzt nicht hier weglaufen? Gehe man da hin und dann da hin. Egal wie, Hauptsache du kommst da hin. Okay, das machen die gerade. Perfekt. Mehr Daffelwohner nicht vergessen, bitte. So, Holz haben wir jetzt ein bisschen angesammelt. Acht Stück, äh, vier Stück von euch bitte. Ganzer Zweck. Eins, zwei, drei. Du gehst dein Gold. Du gehst dein Gold. So viel Gold brauche ich ja eigentlich gerade gar nicht. Machen wir lieber hier nochmal hier. Fünf, sechs, sieben, acht. Ich habe nicht eine Sekunde an euch gezweifelt. Kommt Männer, wir dealen jetzt einem neuen Herrn. Sehr schön. Es ist nicht ganz so krass hier tatsächlich, zugehenderweise. Siepahi, Kommandant. Oh, nein, das helfen wir mal. Das sind halt mehr Einheiten. Das ist ganz nett. Oh, okay, hier kommt die nicht durch. Das ist schade. Äh. Ich hörte, ihr habt vor kurzem eine Menge Gold erbeutet, Timur Leng. Wenn ihr uns etwas davon abgebt, könnt ihr uns vielleicht davon überzeugen, unsere Lager abzubrechen und heim zu gehen. Hey. Natürlich doch. Wo kann ich mich auch dahin, das abzulehnen? Wie viel willst du denn haben? 500, ja, die kriegst du ganz easy. Du bist... Wallachischen Hilfstruppen. Äh. Es gibt zweimal... Ich mach's einfach hier hin, ist ja egal. Ist jetzt ein bisschen teurer gewesen, 20 Prozent, aber das ist schon okay. Wer hier seht, würde seine Beute nie mit uns teilen. Lasst uns heimkehren, Männer! Okay. So. Ganz kurz einmal speichern. Läuft bis jetzt eigentlich echt gut, zugegebenerweise. Ach, ich hab noch nicht genug Dings. Samt bitte schneller, Nahrung, Jungs. Der kommt da gar nicht durch, ne? Ist ja schade. Ich hab vier Stück, die müssen reichen. Nein, da hin, da hin. Da hin. Da hin. Egal wie, Hauptsache kommt da hin. Also die blauen Lager überall sind natürlich auch alle ein bisschen nervig, aber sollen die mir nichts tun. Ist mir's gerade ja kurz egal. Das da machen. Wehrpflicht. Triwokke sind mir jetzt nicht so wichtig. Zwei noch bitte ganz kurz. Einen warte ich noch ganz kurz abheben. So. Du machst uns einfach mal kurz ein neues Feld. Kommt ihr durch? Ja, ne? Hier geht's zwar gerade vor durchs Feindgebiet durch, aber geht schon. Du bist gerade ganz safe eigentlich hier. Um die Welt hier zu erkunden. Du kannst mal hier durch die Mitte gehen. Weil ich glaube, so stark ist der gar nicht, der Junge. Nein, nicht dein Ernst, Junge. Der ist gestorben. Wie traurig ist das denn jetzt? Weil da ein Turm war. Ja, mein Surprise. Warte mal ganz kurz. Was habe ich jetzt da gerade gesehen? Achso. Scheiße. Okay, mehr habe ich nicht. Äh. Nehmen wir mal fünf Stück. Wollte er haben. Dahin. Dann da rein. Och, ist nicht euer Ernst, Jungs. Ich bitte euch. Jetzt jetzt wieso die Falschen komplett? Hoppala. Mein Fehler. Ja, wie kommst du jetzt da hin, Junge? Scheiße. Oh Gott. Geht schon. Okay, das ist jetzt mal gerade noch alles. Och, safe, Junge. Ah, wir haben einen kleinen Korridor gefunden, wo wir durch können. Sehr schön. Wir werden Bayezid niemals im Stich lassen. Werkt Timur Lenk? Abgemacht ist abgemacht, Timur Lenk. Wir werden für euch da sein, sobald die Zeit gekommen ist. Okay, er will anscheinend nicht mit uns verwendet sein. Ist nur so ein Gefühl. Und mehr, viel mehr sehe ich auf der Karte jetzt gerade auch nicht. Okay, umdrehen, bitte. Ich glaube, mehr wird ja auch nicht passieren. Okay. Takane, KW-Bogen schützen. Eigentlich ist alles ein bisschen lächerlich, ne? Egal, ich gucke mal ganz, dass die Ecke töten gehen. Meine Haupt-Ammelie kann mal ganz, dass das töten gehen. Wir machen da ein paar. Cash-Chicks machen wir ein paar. Stein lief gut soweit. Ich habe vergessen, noch Wohnen zu bauen. Nein! Richtig ungünstig jetzt. Ich habe richtig Zeitverschwendung dadurch. Scheiße. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, Kumpel, ne? Irgendwie war das nicht so ganz worth jetzt, oder? Ja, wobei. Für ein paar Gebäude-Geput machen schon, aber das war es auch. Irgendwie ein bisschen traurig, das, was du mir gegeben hast. Okay, die sind ja abgerückt. Ist eigentlich egal, wie links die da rechts gemacht haben, ne? Das rechte Camp sieht größer aus. War glaube ich die richtige Entscheidung. So, die kämpfen da gemütlich weiter. Die haben das zerstört. Wir haben nur einen Verlust. Das ist sehr gut. Ohne dieses Übungsgelände werden die Türken weniger Janitscharen aufstellen. Ich habe auch zu langsam angegriffen, ich hätte das schon vorher machen müssen. Habe ich jetzt auch nicht dran gedacht, ehrlich gesagt. Egal. So. Und wir müssen um alle Männer. Hazer. Die Türken werden diese Pferde nicht mehr so schnell einsetzen. So. Wir haben türkische Waffen und Rüstungen aus dieser Schmude geschlagnahmt. Sehr schön Steht eigentlich bei wie vielen Lager? Ne, ne, einfach nur Lager Okay, alles klar Ja, das da unten können wir natürlich vergessen, ist klar Aber wir können die Lager noch kaputt machen Das Lager noch kaputt machen Und das hier auf jeden Fall noch Dann haben wir eigentlich schon relativ viel zerstört Und ich denke mir nach Wird es wahrscheinlich ein Kampf sein gegen die Deswegen rüste ich mich mal ein bisschen dafür Äh, bevor ich es vergesse Wir machen hier schon mal dicht So, dann ist das dicht Forschen wir direkt was? So Äh Ja, da geht auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Das Getreide in diesen Hühlen wird jetzt unsere Männer ernähren Zehn Minuten noch müsste eigentlich reichen für die Lager Also eigentlich bin ich zufrieden mit dem, Wie wir es erreicht haben, wenn ich ganz ehrlich bin, du Ist in Ordnung Hätte man bestimmt noch mehr machen können, so insgesamt Aber Das ist fein Die Leute erkunden, weil Küstenfische sind echt scheiße Aber dann noch vielleicht irgendwie ein Meeresfisch haben Aber vermisse man Nahrung Ja, siehst du nämlich, das meine ich Sehr gut Ein Handelshof, es gibt schon viel Rohstoffe Dumme Idee, Jungs, dumme Idee Oh, es gibt echt so ein Dings Können wir ihm seine Waffe quasi wegnehmen, dass er keine Einheiten produzieren kann oder so? Aber was macht ihr denn, Jungs? Ich würde überlegen, einfach ihn anzugreifen, wenn ich ehrlich bin, du Oh Oh So So ist gut Muss bitte damit Die Kanonen angreifen, ganz wichtig Mit rein da bitte Jungs So, ist wichtig Das ist auch wichtig Ich habe gar keine Bevölkerung mit mir gerade Das ist gerade echt schlecht Wir machen noch drei Stück dazu E3 geht Rehjagen, du gehst auf jeden Fall mit einem Gold Du bist soweit fertig, das ist gut Da ist ein Hügel, dem muss ich nehmen Auch weil es für die Kaserne ein bisschen unnützig ist Aber da ist ein Hügel, der ist ja safe wichtig für mich Was war in Ordnung? Mal sehen, wie Bayezid seine Kanone ohne Schießpulver abfeuert Sehr schön Sehr, sehr, sehr schön Noch fünf Minuten, wir sind eigentlich echt gut dabei Ich habe Spielevorschriften vergessen Haben wir alle Sehr gut So, komm, du bist doch nochmal ganz jetzt her Jetzt kommen wir zum ganz kleinen Trick hier Wir sperren das ganze Wasser ab Die Türken werden den Proviant, der auf diesem Marktplatz gelagert war, nicht mehr nutzen Du machst da dicht Weil je mehr wir hier abschließen Desto weniger Seiten müssen wir verteidigen Und desto einfacher wird es So Da scheint kein Verbindung zu sein Dann können wir nämlich nur noch von unten kommen Aber zumindest hier oben, wenn ich mit den Ressourcen ein bisschen Ruhe, weißt du? Dumme Idee, Leute Ihr habt genug Holz hier hinten Haben wir Wir haben ein paar osmanische Belagerungsingenieure gefangen genommen Sehr schön Die Türken werden diese Pferde nicht mehr so schnell einsetzen Was bringen uns Belagerungsingenieure? Mal ganz kurz zum gucken Belagerungsingenieure entwickelt Was war denn Belagerungsingenieure? Ach, das heißt Belagerungsingenieure Also, als ob ich mich an den Namen erinnere So was wie Ballistik oder Chemie So was weiß man halt vom Namen Aber doch nicht Belagerungsingenieure Ist halt das, was Reichweite für Belagerungswaffen gibt Reicht mir doch Okay, machen wir mal fünf Tribocke Wir sind einfach da rein, weil ich will dich jetzt immer nicht verlieren Wäre irgendwie ein bisschen schade Wir machen den mal ganz dicht, glaube ich Dass die auf jeden Fall zu den Burgen laufen müssen Dann haben wir eigentlich recht gut alles abgesichert Ohne Scheiß Äh, wo sind denn die? Da Ach, die sind alle links gewesen, lol Die Taka müssen den Turm angreifen, das ist richtig Und der im schnellsten Feld So ist fein Die Türken werden diese Pferde nicht mehr so schnell einsetzen Also ich finde, ich habe jetzt alles Wir haben türkische Waffen und Rüstungen gemacht hier Chemie und Plottenpanzer, oh Wir speichern nochmal ganz kurz Also ich finde, es läuft echt fantastisch sogar Jetzt mal ohne Scheiß Alle Lager kaputt gemacht Also, wenn das nicht gut war, weiß ich auch nicht Ohne dieses Übungsgelände werden die Türken weniger Janicaren aufstellen So, den Türken wir jetzt auch ganz kurz den Kommandanten Mal gucken, ob das hilft Das war er dann Das wird jetzt einfach spannend Wir müssen nicht mit unserer Einheit ganz schnell außen rum gehen So, zurückkommen bitte, Jungs So, einmal nach hinten laufen wieder Wir haben alles getötet, was wir töten können Also wenn das jetzt keine gute Vorbereitung war, weiß ich auch nicht Wir haben alles gebaut, alles geforscht Und sind eigentlich relativ safe Ich bin zufrieden, so wie es jetzt gerade ist Ich finde, wir könnten höchstens noch einen Stall machen Und zu gucken, ob da noch eine Forschung drin ist Wir werden eure Truppen auf dieser Ebene vernichten, Timolenk Macht euch bereit für den Kampf Ist das von euch nicht smart, Jungs? Was das richtig witzig wäre, wenn wir jetzt einfach hier reingehen Nee, das mache ich lieber mit Triebocken, das ist ein Kanonentürmer So, warte, da haben wir noch der Gold, ja, ne? So Da geht es noch ein bisschen in Stein Haben wir auch wieder ein bisschen was drin Haben alles geforscht, was nur irgendwie geht Und Einheiten sind dann überall produziert Also zumindest sind wir voll und können dann überall produzieren Wir sind ready, Junge So Ist das schon eher Stefan Lazarev, keine Ahnung Nee, Lazarevic So, wir halten natürlich entgegen Und hauen seinen Turm kaputt Nee Nee Ja, Jungs, das ist natürlich richtig smart Wenn ihr da als Fernkämpfer hingeht zu den Kanonentürmen Das ist schon echt eine Leistung Die Hauptambi-Blitz zurück, bitte So So, Angriff, bitte Mehr Triebocke, bitte Nicht so smart, Jungs Das ist alles nicht so cool, was ihr hier macht, Jungs Ohne Scheiß Es ist echt dumm Amir Sultan Bayezid ist vom Schlachtfeld geflohen Und hat in seiner Darkfestung im Süden Schutz gesucht Soll er flüchten, so weit er will Ich werde ihn aufspüren, wie ein Wolf seine Beute Achso, so ein Ding ist das Wait Nur weil er geflohen ist, sind die jetzt auch verbündet? Warum? Ha, nehme ich mal so hin Krass Ja, nice Was ist mit Rot? Danke, dass ihr die Türken für uns geschwächt habt Doch es wird nun höchste Zeit, dass ihr unser Land verlasst Okay, also er warf die Fresse Alles klar Ihr werdet es versuchen Also es ist Weißt du, was echt schade ist? Triebocke Kann man mit dem Hotkey nicht so einfach steuern Weil das Zusammenbauen irgendwie nicht immer so gut funktioniert Wenn es mehrere sind Hier, das ist jetzt Uh Das ist jetzt Vorfüllfähig Ich weiß nicht Wenn die aufgebaut sind und man die zusammenbauen will Dann geht das nicht Oh Weil das auf dem Button ist Ah Also ich habe es nach tausenden Stunden gefühlt Erstmal jetzt verstanden Naja, passiert Nein, nicht das Mach mal Cashics mit dem restlichen Gold Okay, wir müssen mal Rot töten Ich meine, er hat es verdient Was soll ich machen, ha? Er will es doch unbedingt offensichtlich Oh, ich bin genau hingekommen, wo es gerade leer geworden ist Nice Sehr schön Was finden wir denn hier so schönes? Ich will natürlich jetzt auf Wasser wegen angreifen, ne? Wäre auch nicht schlecht Wenn hier doch eine Verbindung wäre, ist safe, oder? Was genau tut ihr denn? Achso, die ist kaputt Ja gut Ihr könnt gerne auf meinen Marktplätzen Handel treiben, Timo Lenk Ah Macht Sinn Brauche ich mir nicht Ah Leute, so ein Ding ist das Wie kannst du den Turm treffen? Alter, mal rein, ne? Alter, wie viele das sind Geil Verstärkung kommt Ich komm da eh nicht durch, aber hey Er produziert sogar echt Einheiten Wie edel ist das denn? Cool Alter, was für ein Kampf hier So, rüber da Mehr Cachics bitte, alle bitte hier rüber Aber auch nicht da hin eigentlich Dann könnt ihr hingehen und das alles zerstören So, hier geht die ganz kurz außen rum Müssen die durchkommen eigentlich Die ganzen Reiter Sehr schön Das kurz kaputt machen So, ist fein Tor ist offen Dann auf die Burg Ganz wichtig Innen drin kurz Radau machen Wobei, komm mal kurz ein bisschen zurück Du musst nicht gleich ganz Sein Leben racen Ja Alter Die erneutigen Bocken sind halt einfach So ekelhaft Weißt du was? Ich nutze die Kastenformation Never im Leben Ja, okay Und da ist nur die normalen Dinge zu Warte mal Hinzufügen Auswählen Was ist denn zentrieren? Steuerung, Umschalt Und dann Was ist denn zentrieren? Achso, lol Klar, wenn es dann auf Ja, ja, doch Ich weiß, was das ist Okay Auswählen, erstellen Ja, ja, das ist alles klar Aber ich meine jetzt eigentlich Kasten Setzen wir das einfach mal Auf Den Strich Weil die nutze ich eh nie Dann kann ich die Tribor Gewissen besser steuern Das ist ja viel angenehmer Habe ich noch nie gemacht Sondern Aber es ist halt auch so dumm wieder, ne? So, die Burgen werden jetzt gerade Wir haben uns weggeschrotet Ganz easy Der Blau macht doch irgendwie gar nichts Das ist halt richtig rip einfach Ich frag mich ja, wie heftig das gewesen wäre, wenn wir die Lage alle stehen gelassen hätten Ob das wirklich so viel ausgemacht hätte Weil so war der Angriff echt In Ordnung eigentlich Ja, der Hotkey funktioniert, meine Güte Aber auch vom Spiele Mach er jetzt so Der, der die Idee hatte Das auf den gleichen Hotkey zu setzen Ist jetzt auch nicht so smart Ohne Scheiß Da drauf Da drauf Auf den Turm Auf den Turm Lasst die Jungs bitte mal durch Schlecht Jungs, bitte Gebt mir auf die Seite da Ein Abtrünniger hat uns verraten, dass Smyrna auf Holz- und Goldlieferungen aus Europa angewischt wird Wenn wir die äußeren Verteidigungsanlagen des Kriegshafens zerstören Werden die Trümmer ins Meer stürzen und die Vorratsschiffe an den Felsen zerschellen Ausgezeichnet Richtet den türkischen Verräter hin Bereitet den Angriff auf den Kriegshafen von Smyrna vor Warte, komm lieber zurück hier Ist grad sicherer Mehr Keshix bitte Könnt ihr bitte ganz kurz die Galionen töten Okay, juckt die einfach gar nicht Die gehen einfach weg Alles klar Dann sparen wir uns den Scheiß Oh lol Das ist der Blaue Geht ihr bitte mal ganz kurz helfen Weil irgendwie jammelt die da ganz schnell in falschen Positionen ab Gefällt mir nicht So, und da unten könnt ihr reingehen Perfekt Hier hält Gelb grad ein bisschen gegen Blaue gegen Oder zumindest kräftet den an oder so Ich hab keine Ahnung Ah, er produziert da auch Einheiten Nice Alles richtig gemacht auf jeden Fall Ah, er hat mich voll vergessen, den Typen Na ja, passiert Okay, Verteidigung brauchen wir jetzt glaube ich nicht mehr Rein damit Einfach reinlaufen, das ist ja egal Was soll passieren, sollen sie sterben? Meine Güte Das ist ja jetzt nicht so wichtig Was ist die Festung? Ernsthaft? Ah ne Okay Das dazu Okay Wartet Erstmal das wegziehen hier, weil der Rot ist eh jetzt Rib Dann machen wir den Sammelnpunkt jetzt mal dahin Machen hier die Einheiten Dahin Ah, ganz kurz noch kaputt machen da, das geht noch Ist auch ne verdammt coole Mission finde ich Das schafft ihr Bestimmt, oder? So, Rette aufmachen bitte Knack das Ding Ihr kommt bitte mit Wer weiß was, ihr geht da helfen Ja, ihr geht da hinten helfen Double kill sogar, nicht schlecht Junge Lächerlich Lächerlich Gute die Klonen töten Und zurück Stark So Dann bitte da drauf Veränder Ja Wie geht's da hin? Oh Leute, das sind Kanonenschiffe Das ist asozial Zusammen bauen Dahin bitte Da drauf So So bitte Macht das Ding so noch weiter kaputt da? Das ist ja echt freundlich von euch Was machst du denn Junge? Ist nicht dein Ernst Ah ne der war richtig ne? Alles gut Dahin Auf die Burg Da kommt er gerade angelaufen Ihr seid gerade free Deshalb ihr geht bitte da unten hin Die Blöting ist gerade Das ist zu weh Aber gehört dazu Schade Naja, passiert Ich hab noch genug Triebocke hier Also alles easy Nicht auf die kleinen Hütten da Das macht keinen Sinn Jungs Oh Gott 22 Stück Hab das hier Das ist auch im Arsch Nice, nice, nice Genau Die Schiffe schön töten Das ist wunderbar So ist fein Das Schiff ist im Arsch Dann könnt ihr jetzt gemütlich Das Tor angreifen gehen Ihr könnt euch gerade schon da drum Das ist fantastisch Sehr gut Auf das Tor bitte Ihr lebt die vierte defensiv da So Ihr vier müsst das eigentlich gar nicht mehr machen hier Mach mal trotzdem das Tor angreifen bitte Auch wenn es nicht benötigt ist Du musst noch mal ganz kurz neu bauen Sorry, aber der Turm ist für mich doch ein bisschen wichtiger Oh mein Gott, wie viele Cashics da kommen, ne? So, ist offen Aber ihr könnt eigentlich alle vier einfach nach vorne rollen Das ist eine echt gute Mission Ohne Scheiß Rinder bitte Da hin Neue davon Die sind auch ein bisschen scheiße da Also das Schiff da stört mich ein bisschen Meinst du, du kannst die ganz kurz anschießen? Ja, das macht keinen Sinn hier, was hier gerade macht, Jungs Ihr drei können auf die Burg gehen Fantastisch Ach, geht ruhig aggressiv rein, ist eigentlich scheißegal So, das Ding ist kaputt das Schiff Dann geht uns das auch nicht mehr von Nerven Nein da Einfach rein Ja, das sind ja auch Kanonenschiffe, lol Ja gut, was will er machen, ha? Ha, so weit kann er auch nicht schießen So nämlich Du kannst jetzt schon weitergehen auf die zweite Burg hier Weil der ist quasi Ripp hier In seiner Burg Wunderschön Schön weitermachen, Jungs Okay Ungünstig, geb ich zu Oh Das macht Sinn, dass er die kaputt macht Alter, wie viel Gold der hat, krass Okay, kurz alles zerstören Und da drauf Ja, easy peasy, Junge Geht ja gar nichts mehr Der rote, ich fand das übrigens auch echt cool Dieses kleine Detail Er sperrt hier den ganzen Gang da ab Wir müssen ganz außen rumlaufen Und gleichzeitig greift er uns später nochmal irgendwie so an Und wir müssen ihn auch noch besiegen Ich meine, das ist auch irgendwie logisch, ne Aber es ist ein cooles Detail gewesen, dass nicht beim Angriff dabei ist Sondern einfach danach dann irgendwie dabei ist Also nachdem der Hauptkampf zu Ende ist Und dass das hier auch unser Verbündeter ist jetzt so Der ganze Aufbau ist schon wieder ein bisschen besser durchdacht Ich ergebe mich, aber bitte verschont mich Ein großer Timo Lenker Ich fliehe euch an Den Ernst? Kein Gegner kann es mit mir aufnehmen Warte, ich will mal ganz was speichern Ich hab mich... Nur aus Gefühl Ich bin ein Titan unter den Stablichen Ein Boot... Ja, warte Labrador kurz gleich weiter Auf den Hauptspielstand Der Zerstörung Und... Der Architekt eines grenzenlosen Imperiums Weil ich hab das jetzt... Weißt du, wo ich gespeichert hab? Ein Reich der Steppe Errungenschaft freigeschaltet Wenn das jetzt so sein sollte Dass ich irgendwann mal den Achievements lese Weil die Achievements sind teilweise echt absoluter Bullshit, ja Aber wenn jetzt stehen sollte Man soll ihn töten töten Dann brauche ich jetzt nur den Spielstand laden Ihn anklicken, entfernen drücken, dann ist er tot Aber die Mission war echt geil, ohne Scheiß Das war ein schöner Abschluss Schwierigkeit war eigentlich genau richtig Mich würde auch interessieren, wie krass der Eingriff ist Wenn man gar nichts macht am Anfang Und sich nur aufbaut Aber das war echt... Fein, auch von der Zeit her Hat mir sehr sehr gut gefallen War fair Und schön Sowas gerne öfter Generell die Kampagne von Timo Lenk war eigentlich echt in Ordnung Naja, würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen Beim nächsten Mal weiß ich grad gar nicht, was für eine Kampagne kommt Hab ich vergessen Aber weißt du was? Wir sind fertig mit diesem scheiß asiatischen Kartengebiet, ey Oh, das ist echt angenehm Kein asiatisches Dingens mehr Weil die gingen mir langsam echt auf den Keks Alter, dankeschön fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal Tschüss Die Schlacht bei Ankara war eine Katastrophe für die Osmanen Niemals zuvor hatte sie die Schmach ereilt, dass ihr Sultan im Kampf gefangen genommen wurde Timur Lenk ließ seine Truppen kehrt machen und ließ Anatolien im Chaos zurück Schon bald wird er sich ein neues Opfer suchen Der Mann beendete seine Geschichte mit dieser unheilvollen Bemerkung Mir wurde klar, dass ich mein Königreich vorbereiten musste, damit es nicht zu einladend erschien Ich schickte alle in ihre Quartiere Wir würden diese Gefahr mit wachem Verstand am Morgen besprechen Plötzlich sprangen die Türen auf und ein Diener rannte auf mich zu Herr, der Bote eines Kriegsherrn namens Timur Lenk will euch sprechen Er behauptet, ihr würdet jemanden beherbergen, der für ihn von Interesse ist Ich wandte mich dem alten Mann zu, der den Boten nicht gehört hatte und fragte, wie er hieß Mit müden, dunklen Augen sah er mich an und entgegnete finster Ich bin Tokta Mishkan, vom Blute Genghis Khans Rechtmäßiger Anführer der Goldenen Horde Ich habe weder Land noch Freunde Mir bleibt nur meine Geschichte Verkaufend Verkaufend Bis zum nächsten Mal.